Überraschend wurde eine neue Variante vom Raspberry Pi 5 vorgestellt. Sie ist die bisher günstigste, weil man hier an verschiedenen Stellschrauben gedreht hat. Auch Optimierungen vom System on a Chip sind dabei. Das schauen wir uns jetzt zusammen an. Erstmals vorgestellt wurde der Raspberry Pi 5 ja in 2023. Hier habe ich einen Beitrag im Oktober gemacht, wo der dann endlich auf den Markt kam und gekauft werden konnte. Da habe ich jetzt zwei Beiträge gemacht. Einmal die Vorstellung und später dann auch, als der im Oktober angekommen ist, hier mal eine Zusammenfassung, was der so alles kann und wie das so in der Praxis mit dem aussieht. Viele haben ihn als teuer empfunden, was auch darin liegt, dass er nur in 4 und 8 GB Arbeitsspeicher auf den Markt kam. Dementsprechend war der teurer. Es bahnte sich aber schon damals an, dass das wohl nicht immer so bleiben wird. In dem Beitrag hier habe ich es unten schon mal gezeigt, nämlich beim genaueren Hingucken auf der Platine sieht man, da gibt es jetzt so einen Widerstand als Anzeige. Wie viel Arbeitsspeicher hat der Pi? Musste man bisher den immer erst starten und mit Software nachgucken. Das kann man jetzt hier direkt ablesen und hier gibt es eben neben 4 und 8 GB auch noch die 2 und 1 GB Varianten. Die gab es auch schon beim Vorgänger, beim Raspberry Pi 4. Da ist hier, wenn man mal guckt, in die Spezifikationen ist aufgelistet, 1, 2, 4 und 8 GB sind verfügbar, je nachdem wie viel man da braucht. Mittlerweile sind die Preise wieder gesunken. Das liegt auch daran, dass eben diese Lieferknappheit mittlerweile überwunden ist. Das war ja hier am Anfang ein großes Problem. Brandaktuell wurde daher eine neue Variante auf den Markt gebracht, die wieder 2 GB Arbeitsspeicher besitzt. Also halb so viel wie bisher der kleinste mit 4 GB. Doch die Reduzierung vom Arbeitsspeicher reicht nicht alleine, um diesen günstigeren Preis umzusetzen. Hier hat nämlich Golem mal nachrecherchiert, was kostet solcher Speicher derzeit und haben hier Werte ermittelt. Nämlich die sind hier bei 2 GB mit 11,50 Euro dabei. Bei 4 GB sind es 17,50 Euro, also ein überschaubarer Unterschied. Mit den 3,50 Euro Differenz wird er nicht wirklich merklich billiger. Die Raspberry Pi Limited, die wird als Unternehmen und durch ihre gewaltige Masse sicherlich auch deutlich günstigere Preise bekommen, sodass der Unterschied in der Praxis noch geringer ausfallen dürfte. Es waren daher weitere Optimierungen notwendig, nämlich am System on a Chip, also dem Prozessor in dem Sinne, wo auch noch andere Einheiten wie zum Beispiel Grafikeinheit mit verbaut sind. Nämlich hat man jetzt einen BCM2712C1. Den 2712, den gab es bisher schon beim normalen Raspberry Pi 5, also bei den 4 und 8 GB Varianten. Der C1 ist neu. Mit ihm soll die Leistung weder steigen noch sinken. Laut Eben Abden wurde nur ein neues Stepping D0 verbaut. Der vorherige 27112 enthält nämlich Funktionalitäten, die Raspberry Pi 5 gar nicht benötigt. Das klingt jetzt erstmal absurd. Hierzu muss man wissen, dass ARM keine Prozessoren herstellt. Sie lizenzieren lediglich proprietäre CPU-Designs. Die Lizenznehmer, die können dann CPUs herstellen oder aber diese als Grundlage für darauf aufbauende Entwicklungen nutzen. Dieser BCM2712, der Stammteil von Broadcom, die hier das Ganze lizenziert haben, der wird im Raspberry Pi 5 genutzt, aber eben nicht exklusiv für diesen entwickelt. Die sind auch in anderen Geräten verbaut, wie zum Beispiel so TV-Setup-Boxen. Daher ist es vollkommen denkbar, dass eben in diesem System Honor-Chip noch weitere Funktionen drin sind, die man für andere Kunden mit eingebaut hat, die aber für den Pi gar nicht nötig sind. Man kann sich das wie bei Frameworks und Bibliotheken aus der Softwareentwicklung vorstellen. Die wachsen oft zu größeren Werkzeugkästen, von denen kaum jemand alle Funktionen benötigt, aber eben jeder ein Teil davon. Welche Bestandteile man konkret entfernt hat, das verrät Ibn Appen leider nicht. Aber er versichert, dass diese bisher nicht genutzten Funktionen, die waren sowieso abgeschaltet, also da macht es jetzt keinen Unterschied. Er nennt das hier Dark Silicon, also das sind so Funktionen, die hat man jetzt eh nicht genutzt. Von dem her sollte es keinen Unterschied machen, dafür aber Kosten in der Produktion sparen, sodass eben ein geringerer Verkaufspreis möglich wird. Da spricht man hier von einer Ersparnis von 10 Dollar. Preislich dürfte hier bei uns in Deutschland für ca. so 54, 55 Euro verkauft werden. Derzeit ist er noch nicht verfügbar, das dürfte sich aber sicher bald ändern. Die 4GB-Edition, die kostet derzeit 62,90 Euro zuzüglich Versand. Man würde also knapp 10 Euro sparen. Macht das Sinn? Das kommt stark darauf an, was man damit machen möchte. Ich habe ja schon mal mehrere Beiträge zu den Alternativen gemacht, worauf es da ankommt, ob das Sinn macht, dass man die nutzt. Da habe ich das Ganze mal so in drei Kategorien grob eingeteilt. Einmal so die Elektrosachen, grafischer Desktop und Mikroserver. Bei den Hardwaren an Elektrosachen, da kann das Sinn machen, gerade wenn man eben die grafische Oberfläche vom Betriebssystem nicht nutzt und nicht installiert, sodass der bloß per SSH administriert wird, aber auch für kleinere Sachen reicht das dann noch. Also mal so ein Browser starten, ein bisschen surfen, das geht noch. Aber wenn es dann eben komplexer wird, sprich mehrere Programme, viele Browser-Tabs, dann kommt der relativ schnell an seine Grenzen. Das heißt, für die zweite Gruppe macht das für die meisten wahrscheinlich keinen Sinn, außer es ist wirklich klar, dass das eben sehr überschaubar bleibt, zum Beispiel irgendwie so als Info-Anzeige, wo bloß ein Browser mit einem Tab offen ist. Beim Mikroserver, da kommt es sehr stark auf die Last drauf an. Es gibt kleinere Installationen, die haben da bloß irgendwie ein Pyrehole drauf, vielleicht noch ein, zwei andere Container, die nicht viel Arbeitsspeicher brauchen, so ein GT wäre da ein Beispiel, dann könnte das durchaus reichen. Wenn es aber größer werden soll mit mehr Containern, mehr Software oder Software, die einfach mehr RAM braucht, dann wird das hier knapp und man sollte auf die 4 GB Edition wechseln, da sind dann die paar Euro mehr gut investiert. Auch wenn die neue Variante nicht für alle sinnvoll ist, dürfte sie zumindest denjenigen entgegenkommen, die sich über zu viel Leistung und auch den damit gestiegenen Preis beklagt haben. Es gibt eben durchaus Menschen, die brauchen diesen Rahmen nicht, die ärgern sich dann darüber, dass sie mehr bezahlen müssen. Da ist es dann super, dass man hier wieder einen Schritt zurückgeht zu den Wurzeln, nämlich ein Kleinkomputer, der universell ist und möglichst jedem zur Verfügung steht. Gerade für Menschen mit geringem Einkommen, da sind so um die 10 Euro mehr oder weniger durchaus relevant. Offen bleibt noch die Frage, ob die 4 und 8 GB Modelle, die es ja schon gibt, ebenfalls den optimierten BCM2712D0 erhalten. Eine Umstellung in der Produktion, die wäre ja total sinnvoll, damit könnten auch diese Modelle etwas günstiger angeboten werden. Leider schweigt eben ab und derzeit noch darüber, ob das überhaupt geplant ist und wenn ja, wann. Was denkt ihr über das neue Modell? Macht das Sinn für euch oder eher weniger? Schreibt es gerne auf youlabs.de oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.